Hallo liebe Zuschauer, hier auf dem kleinen Beet wachsen bei mir Pflanzenpaprika, aber scharfe Paprika. Und eine Paprika ist schon so schön geworden, hat orangene Farbe. Die anderen sind noch alle total grün, aber die ist so orange geworden. Und hier ist schon der alte Grasschnittmulch, den schiebe ich jetzt auf den Weg, zwischenbeeten, alles Altes. Und wir werden zwischen Pflanzen den neuen Grasschnittmulch verteilen. Jetzt stehen schon zwei Tage und zwei Tage, ich konnte nicht die ausleeren, irgendwas zwischendrin durchgekommen, passiert. Und schaut ihr bitte, weil Temperaturen so heiß waren, das hat sich fast im Eimer schon fermentiert, so braun geworden. Und riecht schon so richtig wie fermentiertes Gras, aber das ist natürlich noch nicht volle Fermentierung, aber egal. Paprikapflanzen mögen das entweder frisches Gras oder fermentiertes, fermentiertes kann man noch leichter in sich nehmen. Und deswegen verteile ich gleich hier zwischen scharfe Paprikapflanzen, Inhalt von diesen Eimern. Und das ist sogar noch besser als frisches Gras, weil da Mikroelemente schon bereit sind für Verzehr. Man muss nur ein bisschen gießen, dass die leicht in die Erde sich eindrängen. Und hier Kartoffeln war einigermaßen gut und jetzt wieder schwarz. Und viele, viele Ställe sind schon schwarz geworden, weil die letzte Woche regnet es bei uns wieder und nicht wenig und wieder Feuchtigkeit. Und nachts ist nur zwölf Grad, 13 Grad Wärme und das reicht natürlich nicht für gutes Wachstum von Pflanzen. Und deswegen bekommen die Pflanzen schwarze Blätter und das ist die Fäule und die ist überall. Jetzt wenn ich die Blätter abmache, da muss man alle abmachen. Ich muss einmal mal tief reingraben und gucken, was da unten, ob da kleine Kartoffelchen sind oder... Obwohl, ich glaube, das bringt nichts da am Zaun. Genauso selbe Geschichte. Ich habe eine Kartoffelpflanze rausgegraben, die ist ganz schwer betroffen. Aber ich habe nicht gesehen, dass die Pflanze aus Kartoffelschalen gewachsen ist und das freut mich. Naja, hier sind ungefähr acht Stück ganz kleine Kartoffelchen, die könnten bei guten Verhältnissen groß wachsen, groß sein. Aber in diesem Jahr, weil es ist immer nass und kalt, es wird nichts. Die werden sowieso die Kartoffelchen in der Erde faulen. Das bringt nichts. Egal, ob ich die rausgegraben habe oder nicht. Dann lieber sogar rausgraben. Aber ich komme jetzt nicht dazu, weil die Erde wird dann auch mit diesen Mikroben, mit diesen Viren der Krankheit, und wird alles überfüllt. Und je schneller ich die rausziehe, desto besser für die nächste Ernte. Diese Tomatenpflanze heißt Cocktailtomate. Hat so kleine Früchte. Es gibt Sorte in Gelb, es gibt Sorte in Rot. Und diese Tomatenpflanze hat immer draußen gut gewachsen. Egal, ob Regen war oder trocken war. Aber natürlich, so viel Regen war noch in keinem Jahr wie in diesem Sommer. Und sogar diese widerstandsfähige Tomatenpflanze ist jetzt kaputt. Also, man muss die rausziehen. Weil die verbreitet jetzt nur die Viren von der Krankheit, von dieser Fäule. Und die Kartoffeln, glaube ich, muss man jetzt rausziehen. Das werde ich in der nächsten Zukunft machen. Das sind meine Maispflanzen. Und jetzt schon junge Maiskolben. Ich glaube, darf man abmachen. Und wir werden Maiskolben essen. Natürlich erst mal kochen. Und dann mit Butter und Salz. Das schmeckt mir hervorragend. Oh, schaut ihr mal. Schaut ihr mal. Das ist eine Schönheit. Und schmeckt natürlich perfekt. Das ist noch so früh Reifungsstadium. Und hier eine Maiskolbe versuche ich auch aufzumachen. Die oder die? Die sind beide gleich. Die andere ist nicht so dick. Welche? Die ist dick? Nein. Die? Okay. Ich versuche mal abgemacht. Und jetzt schauen wir in der Mitte, wie die aussieht. Sieht auch sehr schön aus. Aber man muss noch Zeit lassen. Ein bisschen noch werden die größer und gelber. Aber natürlich in diesem Stadium schmecken die auch sehr gut. Fluss Main momentan nach viel Regen. Ein bisschen dunkeler sieht aus. Grün-braun. Zurück. Ja. Gefänger. Vielen Dank.